Als Inui bezeichnen sich diejenigen Volksgruppen, die im arktischen Zentral- und Nordostkanada sowie in Grönland leben. Wissenschaftlich werden sie auch als Neo-Eskimus bezeichnet. Aussagen zur Kultur der Inui beschränken sich dementsprechend im Wesentlichen auf diese Regionen immer wieder ergeben sich dabei jedoch auch parallelen zu anderen im hohen Norden lebenden Volksgruppen Sibiriens, die gewöhnlich als Eskimus bezeichnet werden. Das traditionelle Leben der Inui ist von extremen klimatischen Verhältnissen bestimmt und seiner wesentlichen Ressourcen lagen im Jagen und Fallenstellen. Aufgrund der in nördlichen Breiten herrschenden Umweltbedingungen war Agrikultur, D.H., Landwirtschaft und Viehzucht, auf dem Millionen von Quadratkilometern umfassenden Gebiet der Tundren und eisigen Küsten des asiatischen Sibirien, des amerikanischen Nordens und Grönlands zu keiner Zeit möglich. Dementsprechend hat sich bei den Inui der Zentral- und Ostarktis ein Lebensstil ausgeformt, in dem Jagd zum Kern von Kultur und Kulturgeschichte wurde. Und so spiegelte Lebensalltag in den erst vor wenigen Jahrzehnten entstandenen modernen Inui-Siedlungen nach wie vor die sich über tausende von Jahren erstreckende Entwicklung einer typischen Jagdkultur wieder, die es den Inui und ihren Vorfahren ermöglichte, mit der Besiedlung der Arktis eine der außergewöhnlichsten menschlichen Leistungen zu erbringen. In der Kultur der Inui faszinieren besonders die Mythen über frühere Menschen, die sie legendär als Tunit bezeichnen und die in der Forschung lange als Mythos galten. Neuere Forschungen bestätigen jedoch die Existenz einer als Paleoeskimo bezeichneten Bevölkerung, die vor rund 700 Jahren weitestgehend von den Inui verdrängt wurde und ausstarb. Man nimmt heute an, dass der Kontakt zu den Inui oder sogar zu den Wikingern Krankheiten übertrug und so ihr Aussterben beschleunigte. Die letzten Nachfahren dieser Tunit, die man als Salir Miut bezeichnete, lebten auf Southampton Island, einer großen Insel am Nordrand der Hudson Bay und der benachbarten Insel Coats Island bis weit in die Neuzeit. Sie starben an einer von Walfängern eingeschleppten Magen- und Darminfektion im Jahr 1903. 64 Kilometer südöstlich der Siedlung Coralhaber sind noch Reste einer Campregion der Salir Miut erhalten. Kulturgeschichtlicher Überblick Proedorset Kultur der Frühzeit Die archäologische Forschung sieht als gesichert an, dass sich die Vorfahren der um 1300 nach Christus ausgestorbenen Eskimos ursprünglich im Gebiet um die Beringstraße, die Amerika- und Asientrend entwickelt haben. Aus Überresten ehemaliger Lagerstätten lässt sich ableiten, dass erste Eskimo-Gruppen, die Paleoeskimos, um 3000 vor Christus die Beringstraße vermutlich auf dem Winterreis überquerten. Ihnen folgten vor rund 1500 Jahren die Vorfahren der heutigen Inui, deren Spuren bis auf die aus Sibirien stammende Birnerkultur in Farnorth zurückgehen und somit lange nach den ersten Indianern auf den amerikanischen Kontinent einwanderten. Archäologische Funde lassen ferner darauf schließen, dass diese Paleoeskimos offensichtlich recht unvermittelt um etwa 2300 vor Christus, als das arktische Klima um einige Grade wärmer als heute war, vom Südwesten Alaskas in die kanadische Hohe Arktis bis zum Nordosten Grönlands in die Gegend des Independence-Fjords vordrangen und dort den jagdbaren Tieren folgend als Nomaden lebten. Paleoeskimos und Inui unterscheiden sich sowohl genetisch als auch in ihrer Kultur, zum Beispiel der Jagdtechnik, wesentlich. Anthropologische und genetische Forschungen der Universität Kopenhagen weisen auf eine seit 4000 Jahren stark isolierte DNA, was nahelegt, dass die Paleoeskimos aus kulturellen Gründen keine Ehe mit Inui einging. Dieser Umstand überraschte die Wissenschaftler um Eske Willerslew und den Molekularbiologen Manasar Raghavan. Der letzte genetische Kontakt fand also während der Zeit der Einwanderung womöglich noch in Sibirien statt. Die zwei Einwanderungswellen der jüngeren Thule-Kultur und der wesentlich älteren Prä-Dorset-Independence-Kultur sind daher klar unterscheidbar. Die modernen Inui sind damit keine Nachfahren der Paleoeskimos. Spekulationen einer Vermischung von Wikingern mit der Entzeit der Dorset-Kultur stützen sich nur auf Legenden der Inui, welche die Thunit als ältere und jüngere Gruppe darstellen. Damit setzten sich auf den Inseln des kanadischen Archipels und im nördlichen Teil des Westlands sowie in Nordgrönland Paleoeskimos fest, die man wissenschaftlich dem Kulturkreis der Prä-Dorset-Eskimos zurechnet. Die Bezeichnungen Prä-Dorset und Dorset leiten sich vom Namen der Insel und Siedlung Cape Dorset ab. Nachdem der Anthropologe Diamond Yannis dort 1925 über Reste einer bis dahin unbekannten Kultur auffinden konnte und sie seither als Dorset-Kultur bezeichnete, die Paleoeskimos mussten unter wesentlich schwierigeren Bedingungen als ihre Nachkommen auskommen. Ohne Boote, ohne Harponier-Ausrüstung, ohne Schlittenhunde als Zug- und Lasttiere, ohne stabilere Behausungen als fellbedeckte Chelt. Ohne andere Wärmequellen als kleinen Feuerstellen mit wenig geeignetem Brennmaterial. In der zentralen kanadischen Arktis lebten die Prä-Dorset-Eskimos überwiegend von der Jagd mit dem Speer- und vom Fischfang in Flüssen und Seen mit wiederhackigen Fanggeräten. Im engeren Küstenbereich lebende Volksgruppen jagten Robben, Walrosse und kleinere Wale mit Handharpunen, die sie von der Küste oder vom Meereseis ausschleuderten. Am Cap Cruising-Stern an der Westküste Alaskaus wurde eine vom Beginn der Besiedlung bis in das 20. Jahrhundert über fast 5000 Jahre andauernde Siedlungskontinuität nachgewiesen. Die archäologische Untersuchung der Funde erlaubt wesentliche Einblicke in die Kultur der Bewohner. Independence-Kultur Nach den am Independence-Fjord gefundenen Spuren einer größeren Siedlung wird die Kultur dieser den Paläo-Eskimos zugehörigen Menschen als Independence-Kultur bezeichnet. Ihre Behausungen zeigten einen elliptischen Grundriss und verfügten über eine zentrale, aus senkrecht aufgestellten Steinplatten errichtete Feuerstelle, die mit Treibholzknochen, Murschussochsen, Exkrementen, Moos und dem mageren Holzwerk niedriger arktischer Weiden bestückt wurde. Ungeklärt ist noch, ob Feuer mithilfe von Flintfeuerstein entzündet wurde oder durch das Drillen und aneinanderreiben von Weidenstücken mithilfe von Sinn. Wie dies Jahrhunderte später üblich wurde. Auch der Mittelgang der Behausungen, zu dessen beiden Seiten sich die Schlaf- und Liegestätten befanden, bestand aus aufrechten Steinplatten. Das Dach wurde vermutlich aus Muschussochsenfällen mit Treibholzstreben und Weidengezweig hergestellt. Zur Nahrungsbeschaffung wurden offenbar Robben, Moschusochsen, Polarhasen, Polarfüchse, Schneehühner, verschiedene Gänse, Enten und Möwenarten gejagt und Seeseiblinge harponiert. Als Werkzeugmaterialien dienten Knochen und Stein, woraus unter anderem Nadeln, Schaber, Stichel, Pfeil- und Lanzenspitzen gefertigt wurden. Um etwa 1500 vor Christus erlosch die Independenceierkultur, die Ursache des Verschwindens ist bislang unklar. Sekeg-Kultur im Westen und im südlichen Teil der Ostküste von Grönland entwickelte sich um etwa 2400 vor Christus. Die etwa 1500 Jahre währende Sekeg-Kultur. Ihr Zentrum lag an der Diskobucht nahe dem Ort Sekeg, der der Kultur den Namen gab, und erstreckte sich entlang der Fjorde und Küsten. Die Kultur der Sekeg-Menschen weist Ähnlichkeit mit der in der kanadischen Arktis als Prä-Dorset bezeichneten Kultur auf, die sich etwa gleichzeitig entwickelte. Daher wird vermutet, die Menschen der Sekeg-Kultur seien weit im Norden über die Elessener Insel nach Grönland eingewandert und dann weiter nach Süden gezogen. Allerdings wird wissenschaftlich auch erwogen. Die Sekeg-Kultur könnte aus der Independenceierkultur hervorgegangen sein. Ein Forschungsteam der Human Genetiker S. K. Villers-Lev und M. Thomas P. Gilbert von der Universität Kopenhagen entdeckte beim Untersuchen der von mütterlicher Seite weitergegebenen Mitochondrien im Habischel eines vor etwa 4000 Jahren im Westen der Insel Grönland lebenden männlichen Angehörigen der frühen Sekeg-Kultur den seltenen genetischen Marker D2A1. Ein Datenabgleich ergab, dass dieser Marker heute offenbar nur noch bei einer Gruppe von Menschen in östlichen Teilen Sibiriens und auf den Aleuten nachzuweisen ist, die andere Gebiete in der Arktis besiedelt hat. Obwohl es sich nur um ein einziges Fallbeispiel handelt, leiten sich hieraus möglicherweise zusätzliche Aspekte zur ersten Besiedlung Grönlands ab. So vermuten die Forscher, dass Menschen der Sekeg-Kultur zunächst aus dem Osten Sibiriens über die Aleuten nach Alaska vordrangen und von dort weiter bis nach Grönland zogen. Von wissenschaftlichem Interesse ist dabei auch die Feststellung, dass der Marker D2A1 weder im Erbgut von Indianern noch in dem der Menschen der Thule-Kultur und der von diesen abstammenden heutigen Inui nachweisbar ist. Weitere Erkenntnisse darüber, woher die väterliche Linie bei der frühesten Immigration nach Grönland kam, erhoffen die Forscher sich aus der noch ausstehenden Aufschlüsselung des Kerngenommens des Habischels und damit des Gewinns eines ersten vollständigen Bildes des genetischen Materials einer ausgestorbenen Menschengruppe. Wobei sich durchaus herausstellen könnte, dass die väterliche Linie von einem völlig anderen Ort stammt. Hauptnahrungsquelle dieser Küstenbewohner waren Meeressäuger. Ein Wohnrelikt an der südlichen Diskobucht, das aus der Zeit von etwa 2400 bis 1400 v. Chr. stammen dürfte, enthielt zahlreiche Gegenstände aus Serpentinit und organischem Material. Außer diesen Werkzeugen fanden sich auch Knochen verschiedener Robben und kleiner Wallarten sowie von Eisfüchsen, Fischen und Vögeln. Ähnlich den Behausungen der Independence-C-Kultur hatten die der Seck-Eck-Kultur eine zentrale Feuerstelle und einen steinernen Mittelgang. Offenbar kannten die Menschen der Seck-Eck-Kultur bereits steinerne Tranlampen als Licht- und Wärmequelle. Als sich das Klima um 1000 v. Chr. merklich abkühlte, verschwand auch die Seck-Eck-Kultur ähnlich wie die Independence-C-Kultur. Independence-C-Kultur der Norden Grönlands war aus klimatischen Gründen vermutlich rund 500 Jahre lang nicht besiedelt gewesen. Man nimmt heute jedoch an, dass noch vor dem Verschwinden der südgrönländischen Seck-Eck-Kultur Menschen aus dem kanadischen Archipel dorthin einwanderten, deren Kultur archäologisch gesehen merkliche Entwicklungsfortschritte aufwies. Sie wird als Independence-C-Kultur bezeichnet und dürfte sich aus der in Kanada nachgewiesenen Prä-Dorset-Kultur entwickelt haben. Möglicherweise kamen diese Menschen in engen Kontakt mit der Seck-Eck-Kultur. Das Verbreitungsgebiet der Independence-C-Menschen entsprach im Wesentlichen dem der Independence-C-Kultur. Die ältesten Funde werden auf 1400 v. Chr. datiert, die jüngsten auf etwa 400 v. Chr. Wissenschaftlich nicht gesichert ist bislang allerdings, ob auch der äußerste Norden Grönlands in diesen 1000 Jahren besiedelt war. Da nur etwa 10 Wohnplätze nachweisbar sind und sich die klimatischen Verhältnisse zu jener Zeit zunehmend verschlechterten. Die archäologische Forschung vermutet derzeit, Zeugnisse der Independence-C-Kultur seien wohl eher im noch wenig erforschten Nordost-Grönland zu suchen und nicht im extremen Norden der Insel. Tatsächlich wurden 1987 Relikte einer größeren Independence-C-Ansiedlung auf der Ile de France entdeckt. Die Jäger der Independence-C-Kultur stellten den gleichen Tierarten nach wie die früherer Kulturen, der Robbe und dem Muschus-Ochsen. Doch erstmals auch dem Walross. Die Behausungen aus der Zeit der Independence-C-Kultur ähneln den der Independence-C-Kultur. Nur waren sie wesentlich komplexer, bislang ließ sich auch kein Zusammenhang zwischen beiden Kulturen nachweisen. Independence-C-Werkzeuge erinnern vielmehr an die der Prä-Dorset und auch der später entwickelten Dorset-C-Kultur. Auch über den Verbleib der Independence-E-Menschen ist bislang nichts bekannt. Eine Wanderung entlang der Ostküste Grönlands nach Süden und ein Aufgehen in der Dorset-C-Kultur gelten als möglich. Dorset-C-Kultur aus der Zeit zwischen 500 v. Chr. und 500 n. Chr. liegen Nachweise einer bemerkenswerten technischen und kulturellen Weiterentwicklung der im Norden Kanadas und in Grönland lebenden Menschen des Dorset-Kulturkreises vor. Einer heute als Dorseti bezeichneten Kulturphase, wobei auch Ähnlichkeiten mit der Sek-Egg-Kultur festzustellen sind. Die in überlieferten Mythen und Legenden als mächtige in Steinhäusern lebende Menschen oder Galeriesen erwähnten Tornit. Tornit oder Tunierchwart sind vermutlich identisch mit den genannten Dorset-Menschen, wie wohl auch die Salirmiut. Sie gelten bei den heutigen Inui zwar als dumm, jedoch auch als so stark, dass sie mühelos gewaltige Felsblöcke versetzen und tonnenschwere Walrosse heimschleppen konnten. Ihre Jagdmethoden waren wesentlich verbessert. Vermutlich erfanden sie das Schneehaus Iglu. Als festes Winterdomizil diente ihnen eine halbunterirdische Behausung mit Wänden aus Felsbrocken und Grasstücken. Vorläufer des später üblichen Quamaks, Licht und Wärme spendete ihnen eine kleine Lampe aus Steatid, in der sich Öl entzünden ließ, das Kolik. Bemerkenswert ist, dass sich die Dorset-Kultur mit ihren stilistischen Merkmalen zwischen 500 und 1000 nach Christus, der Zeitspanne der als Dorset II, bezeichneten Kulturphase, auf einem Gebiet von der Viktoria-Insel im Westen bis Grönland im Norden und Neufundland im Osten ausbreitete, was auf eine intensive Kommunikation über Tausende von Kilometern hinweist. Dazu beigetragen haben dürfte eine Klimaerwärmung in jener Zeit, die ein Siedeln im ganzen Norden, also auch in hocharktischen Regionen, ermöglichte. Die klimatischen Verhältnisse jener Zeit hatten zur Folge, dass die Skandinavier die beiden Inseln Grönland, Grönland und Island, Iceland mit Namen belegten, die heute paradox erscheinen. Auf Grönland wurden im Vergleich mit der LSM-Insel nur kleinere Dorset-Siedlungen nachgewiesen. Die Menschen der Dorset II-Kultur lebten vor allem von Meeressäugern. Als Werkzeugmaterial wurde vor allem Flint, gelegentlich aber auch je nach Vorkommen kaltgehämmertes Meteoriteneisen für Klingen und Waffenspitzen verwendet. Schon aus der frühen Dorset II-Periode liegen geschnitzte Darstellungen von Menschen und Tieren als Nachweis künstlerischer Aktivitäten vor. In der späteren Dorset II-Zeit nimmt solche künstlerische Tätigkeit jedoch deutlich zu. Menschliche Masken, die Gestaltung von Tieren, aber auch geschnitzte Amulette lassen vermuten, dass diese Kunst vor allem schamanistischen, magischen oder auch jägerischen Ritualen diente. Vermutlich resultiert dieser kulturelle Schub aus sozioökonomischem Druck, dem die Dorset-Eskimus ausgesetzt waren. Solch die kulturfördernder Druck konnte sowohl durch die zu jener Zeit erfolgende klimatische Erwärmung und dadurch bedingte Veränderung der traditionellen Jagdbedingungen vom Eis aus als auch durch das Eindringen neuer Volksgruppen in angestammte Gebiete entstanden sein. Ungewöhnlich sind derartige Vermutungen keineswegs. Soziale und ökonomische Belastungen und Nöte suchen nicht selten Ventile in spirituellen, also transzendentalen Bereichen und fördern dabei die Entwicklung künstlerischer Ausdrucksmittel. Thule Kultur in Alaska, der Urheimat der Sakhek Kultur der Prä-Dorset-Menschen, war die Entwicklung in den 3000 Jahren zwischen 2000 vor Christus und 1000 nach Christus deutlich weiter fortgeschritten als die der Dorset-Menschen. Zumal dort ein weniger extremes Klima als im Nordosten des amerikanischen Kontinents herrscht die technische und kulturelle Weiterentwicklung. Bei den verschiedenen Völkern an der amerikanischen Nordwestküste wurden ganz neue Techniken für die Jagd und den Fischfang entwickelt, Erfindungen, die auch den Lebensstil der dort verbliebenen Verwandten der Dorset-Eskimus wesentlich beeinflussten und grundlegend veränderten. Hautbespannte Boote wie der Einmann-Kajak und der bis zu 20 Personen aufnehmende Umjagd, ein großes, meist von Frauen benutztes Boot. Neuartige Lanzen und mit Gewichten und Schwimmern ausgestattete Harpunen eröffneten erfolgreichere Jagdmöglichkeiten, vor allem auch auf Wahle, die wertvolle Nahrung und ein erweitertes Rohstoffspektrum lieferten. Hundeschlitten begünstigten das Reisen und den Transport in den Wintermonaten. Verbesserte Wohnformen in winterfesten Behausungen mit Eingangstunneln als Kältefalle förderten das Entstehen neuartigen sozialen Zusammenlebens und setzten rituelle, religiöse und künstlerische Impulse Wanderungswelle der Neo-Eskimus. Eine Klimaerwärmung im amerikanischen Norden in den Jahrhunderten um 1000 n. Chr. veränderte die Lebensbedingungen in der Arktis und zog wahrscheinlich eine Einwanderung mit starkem Bevölkerungswachstum nach sich. Vermutlich war diese Entwicklung verbunden mit dem Weiterziehen von Jagdbeute, z.B. von Moschus-Ochsen und Karibus, die sie mit Pfeil- und Bogen jagten, aber auch Grönland-Walen, Nawalen und Robben in höhere Breiten. Ebenso war wohl die Suche nach Eisen aus Meteoriten ausschlaggebend für die Wanderung von Neo-Eskimos aus Alaska in den Norden Kanadas und nach Grönland. In der 2. Expansion drangen einige Gruppen auch in Richtung Süden vor und ließen sich an den Küsten der Hatzenbein nieder. Wie aus Inui-Mythen hervorgeht, wurden die in jenen Gebieten ansässigen Paläomenschen des Dorset-Kulturkreises von den technisch überlegenen Neo-Eskimus verdrängt oder starben durch unbekannte Umstände aus. In der Folge erlosch die Dorset-Kultur gegen 1000 n. Chr. weitestgehend innerhalb kurzer Frist fast in der ganzen Arktis. Nur wenige Gava-Region, die an der Südküste des Audempton-Insel und den beiden ihr vorgelagerten Inseln Cozisland und Walrus-Island bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts sehr isoliert lebenden Sal-Irmiut dürften wohl die letzten Nachfahren der Dorset-Menschen gewesen sein. Die zweite Welle sind die direkten Vorfahren der heutigen Inui. Ihre nachweislich rund um die Beringstraße entstandene, von etwa 1000 bis 1800 n. Chr. währende Kultur erhielt die Bezeichnung Thule-Kultur, nachdem entsprechende Siedlungsrelikte erstmals in der Gegend um Thule im nordwestlichen Grönland entdeckt wurden. Eine Periode wärmeren Klimas zwischen 1000 und 1200 n. Chr. ermöglichte den Thule-Menschen lange Zeit das Beibehalten der aus ihrer Urheimat rund um die Beringstraße tradierten Lebens- und Verhaltensmuster, die Land- und Meerestierjagd und den Aufenthalt in dauerhaften Wintersiedlungen. Sie waren ausgezeichnete Walljäger, die außer dem kleineren Nawal und Weißwall auch den riesigen Grönlandwal zu erlegen wussten. Von diesen gewaltigen Meeressäugern gewannen die Thule Eskimus Nahrung, Heiz- und Beleuchtungsöl und Ausgangsmaterialien für die Konstruktion von Booten, Häusern und Werkzeugen. Auch waren sie in der Lage, nicht zuletzt unter Nutzung ihrer Hundeschlitten quer über Nordkanada mit seltenen Rohstoffen wie Eisen, Kupfer und Serpentin eine Art Handel zu treiben. Thule-Behausungen für den Bau eines typischen Thule-Hauses eines Quamag wurden große Rippenknochen von Walen als Rahmen zwischen Felsbrocken in den Tundra-Boden gesteckt und der Sockel mit Grasstücken bedeckt. Dann überspannte man den oberen Teil mit Tierhäuten und dichtete mit Gras und Erdsoden ab, außen aufgebrachter Schnee verlieh noch zusätzliche. Wärmedämmung Als zusätzliche Behausung und als Reiseunterkunft dienten im Winter Eglos im Sommer Zelte aus Tierhäuten. Künstlerische Aktivitäten Waren die künstlerischen Aktivitäten der Dorset-Menschen nahezu ausschließlich durch rituelle oder mythische Bräuche geprägt, so sind solche Impulse in der Thule-Kunst kaum nachweisbar. Die vielfältigen Funde von Gebrauchsgegenständen in ihren vom Eis konservierten Winterhäusern zeigen vor allem dekorative Elemente. In verhältnismäßig geringer Zahl entstanden auch kleine figürliche Schnitzarbeiten in Form von weiblichen Gestalten, Walen und Wasservögeln. Zuweilen mit Frauenköpfen und Körpern. Vor allem bei der künstlerischen Gestaltung von Bären lässt sich ein bemerkenswerter Unterschied zwischen Paleo- und Neo-Eskimus erkennen. In der Dorset-Kunst finden sich Bären ebenso in realistischer wie in stilisierter Darstellung, die heute als Amulette und Wiedergaben von geisterhaften Helfern gegen äußere Bedrohung interpretiert werden. Die Thule-Kunst dagegen beschränkte sich auf die Darstellung von Bärenköpfen zum Anbringen an Harpunstricken, ob dies dekorativen oder funktionalen Zwecken diente. Ist noch nicht geklärt, Eckzähne von Bären dienten den Thule-Menschen als Amulette, Schmuck oder auch nur als Jagdtrophäen. Allgemein lässt sich aus den Zeugnissen der Thule-Kultur schließen, dass diese Menschen besser als ihre Vorgänger mit den Einflüssen ihres natürlichen Umfelds zurechtkamen und sogar Zeit und Muße fanden, Gegenstände des persönlichen Lebens künstlerisch zu verzieren. Für diese Art von Kunst war offensichtlich kein sozioökonomischer, die Kultur fördern da Druck notwendig. Erwähnt seien auch die vielgestaltigen, in großer Zahl noch aus der Thule-Zeit stammenden Inuksud-Landmarken, wie ein Mensch, die zum Teil eine beeindruckende künstlerische Ausformung erfuhren, Übergangsphase. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts kühlte sich das Klima allmählich wieder ab, was sich vor allem auf dem kanadischen Archipel und entlang der mittleren Polarmeerküste des Festlands auswirkte und auch die Aufgabe der Bikinger-Siedlungen in Grönland verursachte. In der Zeit zwischen 1550 und 1850 der sogenannten kleinen Eiszeit herrschten im Norden Amerikas wesentlich niedrigere Temperaturen als heute mit einem kurzzeitigen Wärmehoch um 1800. Der Einfluss dieses Temperaturrückgangs auf die von den Jagdbedingungen abhängigen Lebensverhältnisse der Thule-Menschen war erheblich. Ganze Gebiete der Hohen Arktis wurden entvölkert, teils durch Abwanderung, teils aber auch infolge des Aussterbens ganzer Bevölkerungsgruppen durch Verhungern. Nur in klimatisch günstigeren Gebieten der südlichen Arktis, so in Südwestgrönland, auf der südlichen Baffin-Insel und in Labrador, ließ sich die traditionelle Lebensweise aufrecht erhalten. In Grönland trat jedoch mit dem Auftauchen der ersten Walfangschiffe zu Anfang des 17. Jahrhunderts schlagartig eine Änderung ein. In den folgenden 150 Jahren kreuzten jährlich bis zu 10.000 Walfänger vor den grönländischen Küsten und übten auf die Kultur der Thule-Menschen wesentlichen Einfluss aus. Im Gefolge der neu entstehenden Handelsbeziehungen intensivierten sich auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und so hatten schon nach wenigen Generationen die meisten Inui keine rein indigene Abstammung mehr. Untertitelung des ZDF, 2020